Das sind unsere Notfällchen. Vier Farbratten, eine Mädels-WG, Melinda, Zola, Heideltraut und Susi. Vermittelt werden sie nur zusammen, sie sind nämlich dicke Freunde. Andere Ratten sollen bitte nicht im neuen Zuhause sein, denn die vier haben chronischen Schnupfen. Schlimm ist das nicht für sie, man hört es manchmal, dass sie ein bisschen schniefen beim Atmen. Sie kommen aber gut damit zurecht und sind fit. Also wenn sie mögen und wenn sie Platz haben zu Hause, so zwei Quadratmeter, sollte das Gehege schon sein. Mit verschiedenen Ebenen, dass sie klettern und springen können, dann ist das Ganze für sie auch hübsch anzuschauen. Ratten sind nämlich wirklich sehr interessante Haustiere.